Herzlich willkommen bei Ford Kögler. Ob neu oder gebraucht, bei uns erhalten Sie die Ford Serienmodelle à la Fahrzeugreihen. Wir decken eine breite Palette an Fahrzeugen für Sie ab, ob als Limousine, Coupé, Cabriolet, Roadster, Offroader, Großraumlimousine oder Transporter mit diversen Aufbauten. Bei uns werden Sie fündig und als offizieller Ford Store ist auch diese Ikone bei uns in großer Stückzahl verfügbar. Wir haben stets über 1000 Ford-Fahrzeuge auf Lager und können seit über 80 Jahren auf eine fundierte Erfahrung als Ford-Vertragshändler zurückgreifen. Das spricht für Zuverlässigkeit und Kompetenz. Zentral in Deutschland gelegen befindet sich Ihr Autohaus Kögler in Friedberg im Wetterau-Kreis, circa 30 Kilometer von Frankfurt am Main und Gießen entfernt. In entspannter Atmosphäre haben Sie die Möglichkeit, sich umfassend über unsere Fahrzeuge zu informieren. Auf über 20.000 Quadratmetern stehen Ihnen die Serienmodelle à la Ford-Fahrzeugreihen zum Sofortkauf zur Verfügung. Auch Ihr Nachwuchs ist bei uns bestens aufgehoben. Während Sie sich in unseren Räumen in Ruhe umschauen, befindet sich Ihr Kind in professionellen Händen einer Betreuerin in Köglers Kids Corner. Bei einem Neuwagenkauf nehmen wir gerne Ihren gebrauchten Wagen in Zahlung. Unser Inzahlungsnahmeteam erstellt Ihnen nach Durchsicht ein ehrliches Gutachten und ermittelt somit für Sie einen fairen Restwert. Alle unsere Verkaufsberater verfügen über fundiertes Wissen und kompetente Beratung. Gemeinsam werden Ihnen im Detail unsere Neuwagen vorgestellt und die verschiedenen Ausstattungsmerkmale am Fahrzeug erklärt. Um für Sie das passende Fahrzeug nach Ihren Vorstellungen und Bedürfnissen zu finden, nehmen wir uns gerne Zeit und wir sind erst dann zufrieden, wenn Sie es sind. Im Gespräch informieren wir Sie über die verschiedenen Ausführungen und Zusatzpakete. Gerne erstellen wir Ihnen, wenn Sie es wünschen, ein interessantes Leasing- oder Finanzierungsangebot über unsere Hausbank. Aufgrund unseres größten Lagerbestands in Deutschland haben wir alle Modelle in den verschiedensten Ausführungen vorrätig. Dies wird besonders von unseren Geschäftskunden geschätzt, da wir neben PKWs auch Transporter mit diversen Aufbauten stets zur Verfügung haben. Sie profitieren dadurch mit einem unschlagbaren Preisvorteil und sparen sich die lange Wartezeit, bis Ihr Wagen fertiggestellt und geliefert werden kann. Im tatellosen Zustand können Sie noch am gleichen Tag Ihren Neuwagen in Empfang nehmen und sich auch nach dem Kauf beruhigt auf unser Serviceteam verlassen. Alle Fahrzeuge müssen von Zeit zu Zeit in die Werkstatt, sei es nun für einen Servicetermin oder eine Reparatur. Unsere Kögler 5-Jahres-Garantie beinhaltet viele Vorteile wie Abschlepp- oder Pannendienst sowie Leihwagen und kostenloser Taxi-Transfer im Raum Friedberg und Bad Nauheim. In unserer modernen Werkstatt ist Ihr Fahrzeug gut aufgehoben. Durch unser gut sortiertes Ersatzteillager und unsere routinierten Techniker beheben wir Probleme in kürzester Zeit. Aufgrund dessen wurde unsere Werkstattqualität mehrmals vom TÜV Hessen mit sehr gut beurteilt und wegen der enormen Kundenzufriedenheit mit der höchsten Auszeichnung, die Ford in Europa an seine Partner vergibt, dem Ford Chairman's Award ausgezeichnet. Herzlich willkommen bei Ford Kögler. Wir haben Deutschlands größte Ford-Ausstellung. Bei uns stehen 1000 Fahrzeuge auf Lager. Das bedeutet für Sie größte Auswahl zum besten Preis. Ford ist unsere Leidenschaft. Das bedeutet für Sie kompetente und individuelle Beratung. Als Kunde sind Sie täglich Sinn und Zweck unserer Arbeit. Wenn Auto, dann Ford. Wenn Ford, dann Kögler. Wir freuen uns auf Sie. Ihr Hermann Kögler. Zuverlässigkeit und Kompetenz seit über 80 Jahren. Ford Kögler, die Nummer 1 in Hessen.